Prinz Andrew schien unschlüssig zu sein, aber das änderte sich, als Prinzessin Beatrice sich einschaltete und ihre Gedanken zu diesem Thema mitteilte. Der Netflix-Film Scoop dramatisiert die Vorbereitungen zum Prinz-Andrew-Newsnight-Interview, das vom BBC-Booking-Produzenten Sam McAllister geleitet wurde, und Andrews Tochter, Prinzessin Beatrice, spielte eine große Rolle dabei, dass er dem Interview zustimmte. In einer Szene, die bei 47 zu 23 beginnt und bei 52 zu 33 endet, setzt sich Andrew mit Frau McAllister und ihren Kollegen zusammen, um ein Interview auszuhandeln. Auf den ersten Blick scheint die Antwort Nein zu sein, Andrew hat keine Lust, aber Frau McAllister weist ihn darauf hin, dass im Internet über ihn gesprochen wird. Er lädt sie ein, es ihm auszubuchstabieren, wobei der Booking-Produzent genau das tut und sagt, hören Sie, ich verstehe. Beschwere dich nie, erkläre es nie. Aber ich fürchte, diese Zeiten sind vorbei. Sie fügt hinzu, jeder hat jetzt eine Stimme. Sozialen Medien Facebook Twitter Jeder kommt zu Wort Hast du Twitter gesehen? Andrew antwortet, nein, darauf achte ich nicht. Aber Beatrice, die unerwartet an dem Treffen teilnahm, machte eine andere Erfahrung mit den sozialen Medien und mischte sich ein, das tue ich. In diesem Moment änderten sich die Dinge, Andrew blickte seiner Tochter in die Augen und seinem Gesichtsausdruck nach zu urteilen, hatten ihre Worte eindeutig eine Wirkung auf ihn. Vor diesem Moment sprach McAllister im Präsenz und sagte, das wird während des Interviews passieren, wobei Andrew sie korrigierte, indem er sagte, meinst du nicht, dass ich würde, was andeutete, dass das Interview nicht stattfinden würde. Der Beitrag von Beatrice wirkt sehr entscheidend, denn dann wendete sich das Blatt, zumindest basierend auf dem Netflix-Film. Im Vorfeld von Beatrices zwei Worten, das tue ich, sah es so aus, als würde Andrew nein zu dem Vorschlag sagen. Es scheint, dass Beatrice ihn erreicht hat, dass die Leute geredet haben, und es war viel schlimmer als alles, was die Produzenten in diesem Raum gesagt haben. An dem Treffen nahmen die Newsnight-Produzenten Sam McAllister, Esmeren, Stuart McLean und die Newsnight-Moderatorin Emily Maitlis auf der einen Seite des Tisches sowie Prinz Andrew und Prinzessin Beatrice auf der anderen Seite des Tisches teil. Andrews Pressesprecherin Amanda Sask war ebenfalls im Raum und saß am Kopfende des Tisches.